Willkommen zurück zu einer weiteren Rock Trader Runde und bevor wir uns jetzt aufmachen, müssen wir nochmal eben J-Skillen. Ich habe mir grob angeschaut, in welche Richtung das gehen könnte. Ich bin natürlich noch nicht komplett durch. Oh, da haben wir jetzt die falsche hier. Als erstes müssen wir die nächste Klasse wählen, da werden wir Meister Taktiker nehmen. Und das war es glaube ich auch schon. Sie wird hier auf jeden Fall Vorteile haben mit ihrer Dual Pistole. So, haben wir das Ganze jetzt hier schon bestätigt? Ja, haben wir schon bestätigt. Ich habe auch nochmal so ein bisschen im Bereich Gear bei ihr was gemacht. Sie hatte keine Schuhe, also kriegt sie von uns Schuhe, damit sie sich weiter bewegen kann. Sie bekommt auch eine Ausnutzung, wenn sie kritisch trifft und auch nochmal pro Zug, wenn sie kritisch trifft. Und einen kleinen Bonus. Hier sind die beiden Doppelpistolen drin. Sie hat auch noch ein dickes Schwert. Hat ordentlich Schaden. Ich habe es versucht jemand anderem zu geben. Hat leider nicht funktioniert. Soviel erstmal zu ihr. Die Vox-Meisterin hatte ja irgendwas von einer Aufgabe erzählt, die wir erledigen müssen. Deswegen schauen wir hier nochmal eben nach. Wer seid ihr gleich nochmal? Ist glaube ich ein bisschen ungünstig. Okay, das klingt interessant. Bekommen wir hierfür gleich eine Quest? Aber nee, die erhoffte Quest bekommen wir nicht. Gut, dann gehen wir nochmal weiter zu Hendrix. Der wollte mit uns auch nochmal reden. Da haben wir eine Quest. Ich hoffe, das wird jetzt funktionieren. Ja, über das Wesen unserer Mission sprechen. Ah, wunderbar. Die packen uns in den richtigen Spot. Wollen wir die Tatsache begrüßen, zu unterstützen? Ich glaube ja, ne? Ja, das sollte passen. Ich glaube ja, das ist ein Problem. Ich glaube, wir werden hier einmal das Wissen des Imperiums ansetzen. 100 Prozent. Okay, das sieht gut aus. Ja, der soll uns sofort die Wahrheit erzählen. Demut und Geduld ist etwas, das wir nicht haben. Das erste klingt nice. Aber das zweite ist auch gut. Wir bekommen quasi einen Freibrief für unsere Taten, die sonst als radikal interpretiert werden könnten. Ähm, ja. Werden wir machen. Ja, das ist auch gut aus. 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 Wieder einiges an Lore. Scheint auf jeden Fall ein lustiger Kult zu sein. Das war's für heute. Das war jetzt die letzte Antwort, bevor wir ihn so ein bisschen harsch anfangen müssen. Na gut, dann machen wir gleich mal die letzte Option, aber er wirft uns ja nicht unbedingt vor, dass wir hier das Chaos unterstützen, das ist schon mal gut. Sehr schön, Quest-Eintrag aktualisiert. Wir haben den Namen der Welt. Und... ... 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 müsste glaube ich das entsprechende individuum sein gut okay dann machen wir uns mal auf dafür dass ich henriks unbedingt im team haben wollte ist er uns gegenüber auf ein bisschen kritischer eingestellt das ist nicht gut so jetzt müssen wir hier erst mal wieder heraus ich frage mich ob wir hier eventuell auch mit unseren ganzen dudes quatschen können wie in baldos geht aber lasst uns mal aufbrechen wir brauchen wieder eine neue mission eine neue aufgabe so dann schauen wir mal was haben wir hier der kommunikation mit unserem planeten herstellen das wollte ich eigentlich nicht aber dann müssen wir einfach mal hier hin er hat auf jeden fall respekt vor uns das ist gut so was haben wir hier also nix was er haben möchte wir haben hier aber für jede stufe okay das wird doch hier wahrscheinlich ja alles für das schiff sein wir brauchen aber auch wieder ordentlich profit faktoren die haben wir nicht schade okay dann können wir mit ihm nicht handeln jedenfalls jetzt noch nicht können wir hier irgendwie nix machen oder wie keine ressourcen nichts so wie öffnen wir die karte von der jetzt gesprochen hat einfach mal hier schön durch die sonne fliegen oh man wie öffne ich die karte nee damit auch nicht damit auch nicht shit ah hier unten wunderbar alles klar hier haben wir jetzt die entsprechende karte sehr schön aber hier ist nix und da kommen wir zum imperium ich würde aber sagen wir nehmen hier erstmal die grüne route ok doppelklick dann kommen wir dahin sehr schön und wir besuchen das ganze mal ja das ist hier noch ein bisschen träge und langsam aber wir müssen uns natürlich erst noch mal hier einfuchsen in die materie hier haben wir piraten egal dann hauen wir die piraten erst mal um gut wir haben drei piraten schiffe also wenn es mir erst mal ordentlich ein drauf das sieht schon mal gut aus dann würde ich glaube ich auch noch mal ein bisschen seitlich von ihm stehen damit wir dann auch ein bisschen damage machen können oder noch mehr damage machen können ja schade da können wir leider nicht noch irgendwie was kaputt machen gehen wir mal in seinen windschatten und fahren die schilde hoch so der eine greift uns nicht an das ist wunderbar durch meine grandiose positionierung können wir hier nicht wirklich viel machen ja mit der positionierung habe ich so ein bisschen meine probleme aber das werden wir bestimmt auch hinbekommen ich habe jetzt gesehen ein offizier fehlt wir haben doch beim letzten mal eigentlich jede position vergeben oder nicht oh der wird uns angreifen so hier können wir erst mal losballern ah shit verfehlt hier sind wir mal hier noch oben warp kanalisieren haben wir jetzt nicht vergeben nicht gut müssen wir gleich mal schauen wieso da keiner von unseren offizieren drin ist wenn wir noch vorne ballern sollten wir ihn doch hier treffen oder nicht ah shit bisschen zu weit vorne aber da können wir trotzdem noch mal drauf ballern einmal verfehlt ja die raumkämpfe sind doch deutlich komplizierter als gedacht also positionierung ist alles der haut ab oder wie nummer eins nummer zwei eben fliegen wir mal hinterher und wow ist meine positionierung kacke also da können wir hinterher gehen und ihn auf jeden fall killen wir schauen uns jetzt mit dem aus sehr schön und den greifen wir uns jetzt auch noch mal shit oh das andere schiff ist anscheinend schon abgehauen gut gut ähm dann können gegner wohl auch aus dem kampf fliehen gut zu wissen wir brauchen noch mal eben schnell die verwaltung hier haben wir positionen ah ok jetzt können wir henrichs reinpacken wir hatten vorher nicht die entsprechenden personen wunderbar dann haben wir jetzt alle positionen vergeben wir können uns nicht komplett hoch haben wir jetzt haben wir jetzt ja das ding müsste jetzt ausgerüstet sein ich glaube das war vorher leer ich bin mir da jetzt aber nicht sicher ja wir fangen mal an das ding abzubauen ah ok hier unten haben wir noch vier weitere dinger und hier hoffentlich eine aufgabe und hier ich möchte euch ja nicht ab ich bitte wir in oder Das war's jetzt. Mir ist noch nicht so wirklich klar, was wir hier machen sollen. Also diese Welt haben wir gescannt. Und wir bekommen hier Stahl, wofür wir auch immer das Zeug brauchen werden. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen Treibstoff eingesammelt. Einen kleinen Kampf haben wir auch noch durchgeführt. Na? So, jetzt können wir eine neue Route festlegen, okay. Na, ich kann das Ding hier nicht anvisieren. Wieso? So. Jetzt scheint es irgendwie zu funktionieren. Ich musste dafür allerdings einmal zurück zur Brücke und das Ganze nochmal öffnen. Ja, das ist hier alles ein bisschen unsicher, aber egal. Ja, Omnisire beweist alles, begreift alles, aber ich will dahin. Weiter oben haben wir auf jeden Fall einen Planet mit einem, mit einem Quest-Icon. Aber schauen wir mal, was wir hier jetzt finden werden. Adamantium haben wir noch nicht als Produktion, deswegen greifen wir uns das einfach mal. Und hier haben wir... Ja, wir bitten ihn einfach mal um sein Segen. Okay, dann lassen wir ihn in Ruhe. So, haben wir jetzt hier ein Handelsschiff oder was ist das? Oh. Obwohl, nee, das Item oder das Icon ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Wir müssen halt nur den Obermarker dabei haben. Mir ist dieses Spielelement hier irgendwie noch nicht so wirklich klar. Ja, wir können die Galaxis erkunden. Ja, da kommen wir nicht drauf, ne? Wunderschön. Da haben wir irgendwo... Da haben wir die Tür. Ich glaube, wir gehen erstmal hier zum Tresor, den wir dort an der Wand gesehen haben. Genau. Sehr schön. Alles abgezogen. Was haben wir hier? Nichts essentiell Wichtiges. Hier sind irgendwie so ein paar Warp Wolken. Und ein verrückter Tech Priest. Okay, ansonsten haben wir hier nichts. Also sollten wir gegen ihn kämpfen, sollte das eigentlich nicht so das Problem werden. Hoffe ich. Sehr gut. Man ist allerdings nicht ganz auf der Höhe. Da haben wir doch endlich was. Ah, okay, wir können uns weiter bewegen. Gut. So, haben wir hier oben noch was? 60% Logik. Nicht gut? So, kommen wir jetzt hier nicht rein oder wie? Ach, ein Glück. Mit dem letzten Versuch sind wir noch durchgekommen. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der ein bisschen logischer ist. Hätte das letzte Ding jetzt nicht funktioniert, wären wir hier nicht reingekommen. Aber bislang haben wir hier glaube ich auch noch nicht so wirklich was. Ja, da sollten wir auf jeden Fall Strom abschalten. Oder aufpassen, wo wir lang gehen. Ja, genau das habe ich mir schon gedacht. Da läuft einer durch die Gegend. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Egal, dann ziehen wir die halt alle nacheinander hier durch. Dann werden sie halt ein bisschen verletzt. Dann ist das halt so. Kann ich auch nichts ändern. Und wo bist du? Und jeder hat erstmal hier schön ein paar Wunden kassiert. Die haben sogar schon gebrochene Rippen. Oh Mann. Ich hoffe, dieser ganze Aufwand lohnt sich auch. Der andere ist auch nicht ganz dicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu machen. Ja, wunderbar. Strom ist abgeschaltet. Hätten wir glaube ich auch einen durchjagen können, der das Ganze dann deaktiviert hätte. Irgendwas geht hier vor. Der Warp versteckt glaube ich die ganzen Leichen. Aha, so sieht in der Zukunft eine Reparatur aus. So, am besten entschärfen kann ja Madame. Dann geh mal rüber, mach das Ding kaputt. Wunderbar. Hier war glaube ich irgendwo genau sehr schön. Da haben wir glaube ich neue Handschuhe bekommen, oder? Ja. Waffenfertigkeit und Stärke. Ich glaube, wir haben keinen dabei, für den das essentiell notwendig ist. Aber ein bisschen mehr Damage könnte nicht schaden. Ja. Gehen wir dem das mal. So, wo könnte es jetzt hier potenziell weitergehen? So, komm, komm der raus. Wie stellen wir den Bums jetzt ab? Ah, das Gute ist, sie haben wieder regeneriert. Sehr schön. Ich helfe anderen besser als sie, weil sie wholeheartedly humiliating sie at every step. It's about time. You'll regret this. Just a minor setback. Okay, das hat nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob er das hinbekommt. Nein. Shit. So, jetzt können wir hier glaube ich wieder was machen. Ah, wunderschön. Giftwolken sind weg. Wir haben ein bisschen Damage, ja, nee, Damage wurde wieder geheilt. Wir haben jetzt hier aber ein paar Verletzungen. Gebrochene Rippen, verkrüppelte Beine, einen kaputten Schädel. Aber die größte Frage ist, was geht hier ab? So, hier ist auch irgendwo noch was Geheimes. So, nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Ähm, Agatha soll das machen. Die ist ja immerhin die Entschärfungsmeisterin. Sehr schön. Alles mitnehmen. Team wieder komplett auswählen. Und das war's hier schon. So, in diesem Bereich können wir eventuell von dieser Seite hineinkommen. Obwohl, hier oben könnte auch vielleicht noch was sein. So, kann man durchschauen. Dort sehen wir aber nichts. So. Da kommen wir auch nicht durch. Dort können wir halt nur nach unten schauen. Okay, das waren 85%. Wenn du das nicht hinbekommst, bekommt das keiner hin. Hier ist noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas. Durchgezogen ist. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir dort irgendwie fündig werden. Ah, okay. Okay. gut also aber zumindest haben wir jetzt das ding ausfindig gemacht irgendwas aktiviert und müssen jetzt noch mal das ding hier durchstreifen bisschen aufmerksamer sein nee da haben wir einfach nur aufgesprengt um da durch zu gehen ja hätten wir das ding nur mal am anfang gesehen irgendwas ist hier also pause wird auch immer nur aktiviert wenn irgendwo eine falle ist oder gleich ein kampf beginnt nee der gute mann hilft uns glaube ich auch nicht weiter das seltsame verhalten der transformatoren haben wir schon gelöst okay die vision haben wir uns angeblich nur eingebildet aber dadurch dass hier überall blut und menschenteile liegen glaube ich nicht dass wir uns das nur eingebildet haben da haben wir jetzt auch nichts nee hier fliegen überall funken das muss aber erstmal nichts schlimmes sein ja das bilden wir uns doch nicht ein kommt schon so jetzt haben wir das ding aktiviert heißt dass wir können jetzt wieder zurück hier nochmal eben schauen hier können wir nichts aktivieren okay so aber das war glaube ich das was wir machen mussten hoffe ich zumindest am anfang nicht ganz aufgepasst aber dann haben wir das jetzt noch mal korrigiert die typen wollen kämpfen okay auf jeden fall haben wir jetzt etwas wichtiges aktiviert das ist gut tank nummer eins platzieren wir dort tank nummer zwei hier dann haben ja auch nicht so nice ja doch die kommt dahin navigator denn kommt hierhin wo haben wir sie wo haben wir sie kommen schon dadurch dass die hier maschine der hat 100 hp das ist das problem die haben alle ordentlich leben außer die fernkämpfe aber von den fernkämpfern doch haben wir auch noch mal drei oder vier und ein ziemlich kräftigen sehr schön okay run and gun können wir nicht mehr einsetzen egal zumindest haben wir einen guten platziert und nun müssen wir erst mal um unser überleben besorgt sein ja von allem wird jetzt ausweichen und rüstung erhöht sehr schön dann werden wir hier noch mal ein bisschen schwächen das habe ich jetzt falsch gemacht ich hätte den anderen der ist nicht in sicht weiter nee das passt schon ja schade aber ballern wir dort zumindest noch was drauf dann können wir noch eine schwächen drauf packen sehr schön und jetzt kommt der wichtigste buff ja können wir aber auch nur auf ja das problem ist wenn ich jetzt mit ihr dahin gehe ja ich kann hier was drauf ballern da hinten haben wir auch ja wir müssen ein bisschen riskieren sehr schön haben wir den nicht erwischt den da hinten auch nicht das ist nicht gut dann packe ich hier nochmal eine defense sohn drauf für sie aber ihm haben wir hier auf jeden fall schon mal ja 30 prozent seiner hp abgezogen das ist gut sehr schön du hast den richtigen angegriffen das ist nicht gut gut aber der eine tank wird sie gleich hier alle ziehen der andere tank wird die alle ziehen von hier kann sie einige anvisieren das ist gut okay das war der falsche shit wenn ich jetzt run and gun nehme weil der andere hatte hier auch 95 prozent ich bin jetzt davon ausgegangen dass die kugel durch geht ist sie aber nicht das heißt wenn ich run and gun mache habe ich eh keine aktionspunkte mehr shit oh shit so er kommt erst mal hier hin erst mal ertragen jetzt muss ich aufpassen dass ich nicht zu viele punkte verballer denn ich muss gleich noch spotten ich kann die nicht doch ich kann sie spotten gut mir hat eben das icon gefehlt deswegen war ich im ersten moment ein bisschen ach shit so madame was hast du jetzt zu bieten erst einmal buffen die grillen wäre natürlich sehr nice aber das problem ist wir werden definitiv friendly fire haben und das will ich eigentlich nicht dann müssen wir halt ein bisschen und planmäßig vorgehen und planmäßig vorgehen dann feind analysieren und den bülken wir an überlebt sehr schön so abuela du gehst nur hier hin du musst sie jetzt alle tanken ertragen und tanken kassier ist jetzt aber massiv gefährdet das ist nicht gut so noch mal ein buff raushauen das passt so pascal soll jetzt mal hier rüber gehen ah shit er kann ja nichts mehr machen er kann nur die zone verschieben aber die zone passt er kann auch nichts machen sie kann nichts machen außer die zone neu setzen ja kassier könnte aber in diesem fall drauf gehen die hat bis jetzt so gut wie alle schläge kassiert ich könnte nur den angreifen mit 35 das ist ein bisschen wenig da können wir hier erstmal ein bisschen was drauf packen ja ich hätte vielleicht erst analysieren sollen und dann ein bisschen schlecht abgetimt oder haben wir 24 das ist da haben wir auch nur 24 aber wir haben ihn erwischt sie muss unbedingt weg jetzt habe ich sie gekillt also die nahkampf dudes sind eigentlich nicht das problem das größte problem sind die fernkampf dudes irgendwie habe ich aber so das gefühl dass ich das ding hier schon verbockt habe na ok wir haben zumindest seine deckung weggenommen und ihn ein bisschen damage eingedrückt ja auf agatha gegangen 35 damage wow das ist nicht gut shit jetzt habe ich sie nicht getankt so bis der da rüber gelaufen ist ist das vollkommen egal den können wir grillen vor allem nochmal eine schwächung drauf was hat er hier an buffs drauf nee das ist gut der kampf erweist sich als deutlich komplizierter und stärker als gedacht da kloppen wir erstmal ein drauf jetzt na komm schon genau jetzt spotten und schmerzen ertragen und schmerzen ertragen ja dadurch dass kessier jetzt auch down ist habe ich nicht die möglichkeit ihre special attacke auf agatha zum beispiel drauf zu packen damit die halt mehrfach angreifen kann da haben wir auch noch den herold der verderbnis aber dadurch dass hier überall oder ja hier ist auch ich weiß jetzt nicht wenn ich das ding jetzt hier weg baller ist der typ komplett weg oder kommt der effekt auch von der anderen seite da haben wir auf jeden fall schon mal 95 prozent dann machen wir das so die bekommen damage der packt den wahrscheinlich ein schild drauf oder ja gut dann muss diese herold geschichte hier als erstes weg wenn er die mit schilden ausstattet dann ist glaube ich mein damage zu gering weil er packt das dann auch auf jeden drauf und das ist ein großes problem hier kann ich nämlich auch der damage sieht eigentlich gut aus dadurch dass sie aber hier die temporären wunden haben also den schild kriegen die kein der match okay jetzt habe ich das problem erkannt am anfang kacke positioniert und dann den herold ignoriert da macht er nämlich wieder sein kack wenn sie da drauf ballert ist das ding nämlich schon fast weg jetzt muss ich halt nur mal also am anfang müssen wir besser positionieren wir brauchen mindestens zwei fernkämpfer die hier drauf gehen und zwei die auf den anderen gehen also pascal und agatha können ruhig hier drauf gehen cassia und edira auf die andere seite dann haben wir glaube ich im ersten zug das problem erledigt die nahe kämpfer sind nicht das problem wenn ich sie weg denke und dann haben wir noch die fernkämpfe aber bei den fernkämpfern sind hier diese verrückten magos und logos die größten probleme und er packt sich jetzt natürlich wieder den schild drauf seine 16 schüsse sind auch schon weg ja gut dann haben wir jetzt auf jeden fall eine taktik für den zweiten fight auch 58 damage also die haben gut hp machen gut damage und haben zusätzlich noch ein schild drauf super kombination ja und da packt er sich schon wieder ein schild drauf also die dinger müssen sofort weg wenn ich jetzt versuche hier nochmal drauf zu gehen ich krieg noch nicht mal die temporäre wunde weg alles klar nee das ding müssen wir noch mal neu starten und beim nächsten mal schauen wir mal dass wir das ding hier zum erfolg bringen ja 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 ja